Heute in diesem Video soll es einmal um das viel diskutierte und gegenwärtige Thema Gehirnnebel oder Brain Fog gehen. Es geht darum, dass viele Menschen gerade in letzter Zeit auch mit den erhöhten Graden von Klima, Unbeständigkeiten und auch Sonnenstürmen einfach auch viel mehr Gehirnnebel und Watte im Kopf verspüren und sich dann nicht genau erklären können, woher das kommt. Es gibt natürlich verschiedene Ursachen, die nicht immer unbedingt nur mit dem Klima zu tun haben und darauf möchte ich heute ein wenig eingehen. Ich bin Silvia Schnapparelle, Gesundheitstrainerin und vor allem auch fühle ich mich verantwortlich, den Menschen zu zeigen, wie sie sich vor chronischen Krankheiten schützen können, die Prävention in ihr Leben einladen. Das ist nicht unbedingt immer nur Disziplin, das kann auch viel Spaß machen und es hat so viele Vorteile, denn die Prävention, das wissen wir alle, wenn wir etwas verhindern können, dass es gar nicht erst entsteht, ist natürlich viel schöner und einfacher, das Leben wird leichter und heller, als wenn wir durch die dunklen Symptome einer längeren und langwierigen oder vielleicht sogar genannt unheilbaren Krankheit gehen müssen. Natürlich gibt es dazwischen, zwischen Unwohlsein und klassischen unheilbaren Krankheiten eine Riesenbandbreite, aber wir haben nur eine Gesundheit und alles, was von der Gesundheit entfernt ist, ist schon nicht mehr gut und nicht mehr in der Balance. Und das ist eben auch ein Thema, weshalb wir in letzter Zeit vermehrt diese Dinge spüren im Körper. Der eine hat vielleicht mehr Sinusprobleme, ich eingeschlossen. Bei mir äußert sich dieser hohe Anteil an Protonen in der Luft. Es hat sich ja gezeigt auf den Skalen von bestimmten Messungsstationen, dass wir im Moment von einem Sonnensturm zum nächsten gewirbelt und geschleudert werden und dass gleichzeitig unser Magnetfeld, Erdmagnetfeld, immer ein bisschen schwächer wird und wir deshalb diesen Sonnenmagnetstürmen erst so ein bisschen weniger geschützt ausgesetzt sind. Aber ich möchte heute auf die Punkte eingehen, die nichts mit Sonnensturm zu tun haben. Und zwar, das ist das, dass ich euch erst mal erklären möchte, was braucht das Gehirn denn eigentlich alles? Unser Gehirn ist ein Hochleistungsorgan. Es ist so enorm leistungsfähig, dass es etwa 20 Prozent der ganzen Energie, die unser Körper produziert, verbraucht und hat dabei aber nur etwa zwei bis drei Prozent unseres Körpergewichts. Also, die Verhältnisse sind enorm, diese Unterschiede. Da merkt man schon, was unser Gehirn alles leistet. Wenn unser Gehirn also quasi sich so ein bisschen wattig oder neblig anfühlt, also so ein leichter, dumpfer Druck im Kopf ist oder man auch das Gefühl hat, man kann sich nicht richtig fokussieren, nicht richtig konzentrieren, weil sich das so wattig anfühlt, dann ist da etwas im Argen. Die wichtigsten Dinge, die unser Gehirn als allererstes erstmal braucht, sind die Grunddinge, und zwar nämlich Kalorien und die in Form von Zucker oder Ketonen. Also je nachdem, welche Energiequelle wir oder unser Stoffwechsel wählt, können das entweder Glucose, also Zuckermoleküle sein, oder eben Ketonkörper, die von den Fetten stammen. Und viele Studien haben gezeigt, dass ein Gehirn viel effektiver und gleichmäßiger mit Energie versorgt wird, wenn der Stoffwechsel so eingestellt ist, dass das Gehirn vorrangig mit Ketonen versorgt wird. Das bedeutet, dass wir immer auf der besseren Seite sind, was Gehirngesundheit betrifft, wenn wir in der Ketose sein können. Das Gehirn braucht aber auch entsprechende Nährstoffe. Es reicht also nicht, einfach nur sinnlos irgendwie Fette in sich hineinzustopfen. Wir brauchen auch eine entsprechende Nährstoffdichte in unserer Nahrung. Wenn wir aber dauerhaft oder immer wieder zu viele Kalorien zu uns nehmen und uns nicht entsprechend bewegen, dann kann das eben auch zu Übergewicht führen. Und Übergewicht führt dann zu körperinternen Entzündungen. Und das Übergewicht und die Entzündungen führen zusammen dazu, dass unser Stoffwechsel herunterfährt und dass mit diesem Status dann eben auch unser Gehirn beeinträchtigt wird. In dem Sinne, dass wenn wir einen mehr inaktiven Lebensstil führen, also viel mehr sitzen und uns weniger regelmäßig bewegen, dass dann unser Gehirn einfach zu wenig stimuliert wird. Es reicht nicht, Kreuzworträtsel zu machen oder das Gehirn mit irgendwelchen Gehirnjoggings zu beschäftigen. Denn es ist ein Fakt, dass unser Gehirn zu 90 Prozent stimuliert wird, wenn wir uns bewegen. Und diese Bewegungen, das bedeutet eben für das Gehirn, das muss den Raum, also die Geschwindigkeit messen, die ganzen Bewegungen der Gliedmaßen koordinieren, das Gleichgewicht und, 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 und. Da gibt es so viele Dinge, die das Gehirn alles gleichzeitig machen muss und die es dann eben auch im Training halten oder in der Stimulation. Und diese Stimulation sorgt dafür, dass unser Gehirn nicht träge wird. Die drei Hauptpunkte, weshalb unser Gehirn also nicht mehr vernünftig funktioniert oder einfach auch dann sich das durch Gehirnnebel äußern kann, sind hauptsächlich, wenn der Energiefluss unterbrochen ist oder wenn der Signalfluss unterbrochen ist oder wenn das Gehirn entzündet ist. Wir brauchen Kalorien, um das Gehirn regelmäßig mit Energie zu versorgen. Aber wenn wir keinen flexiblen Stoffwechsel haben, sodass er sowohl mit Zucker als auch mit Fetten vernünftig umgehen kann, das heißt, wenn wir, wie die meisten Menschen heutzutage, über 80 Prozent unserer Menschen heutzutage, haben einen gewissen Grad von Insulinresistenz. Das bedeutet, dass unser Körper gar nicht mehr so gut mit Kohlenhydraten umgehen kann und deswegen der Energiefluss unstet ist. Wenn wir also essen, dann steigt der Blutzucker zu stark an, weil unser Körper nicht in der Lage ist, entsprechend den Zucker rasch genug abzubauen und dadurch einen gleichmäßigen Blutzucker zu kreieren. Und dann wird das Gehirn mit Zucker geflutet oder mit Energie geflutet und danach fällt der Blutzucker unter das Normalniveau, was bedeutet, dass das Gehirn dann wieder in einen Energie-Lag gerät. Und wenn man das immer wieder kreiert, hoch, runter, hoch, runter, wie das bei Insulinresistenz dann eben doch auch der Fall ist, dann haben wir Abbrüche von Energiezuflüssen. Denn wenn jemand Insulinresistent ist, zu einem gewissen Grad, dann ist er nicht mehr in der Lage, vernünftig Fette zu verbrennen. Wenn jemand Insulinresistent ist, das bedeutet, er transportiert dauerhaft zu viel Insulin im Blut. Das kommt daher, dass immer zu viel Kohlenhydrate zugeführt wurden, mehr als der Körper vertragen kann, mehr als der Körper verbrennen kann in seinem Stoffwechselstatus. Und dann sendet die Bauchspecheldrüse halt immer mehr Insulin nach, damit der Zucker dann eben auch aus dem Blut geholt werden kann. Und dieses Insulin wird dann eben auch erst sehr verzögerlich wieder abgebaut. Dazu braucht es eine sehr detoxbereite und gesunde Leber. Wer Insulinresistent ist, zu einem gewissen Grad, dem wächst natürlich auch in gewisser Weise eine nicht-alkoholische Fettleber. Ja, also da können sich dann vermehrt Fettzellen in und um das Lebergewebe bilden, aufgrund dessen, dass der Zucker dann sofort in Fette umgewandelt wird. Allerdings, solange wie Insulin im Blut ist, sind wir nicht in der Lage, Fette zu verbrennen. Deswegen nehmen wir bei Insulinresistenz meistens relativ rasch zu und nicht mehr ab. Ja, und die Folge davon ist eben auch, dass das Gehirn leidet, wenn wir zu starken Zucker-, Blutzuckerschwankungen unterliegen, auch wenn der Blutzucker sich immer wieder auf ein normales Niveau einpendelt. Diese Auf und Abs, dieser Rollercoaster, das bedeutet, dass unser Stoffwechsel nicht gut mit Kohlenhydraten umgehen kann. Und das bedeutet auch, dass unser Gehirn immer wieder Energieschübe und Energie-Lags hat, also Energieunterbrüche. Ja, und was wir natürlich auch brauchen, damit unser Gehirn vernünftig funktioniert, sind genügend Antioxidantien und genügend Stoffe, die unser Gehirn fördern, die Gehirnleistung, Neuroplastizität und so weiter. Neuroplastizität, das bedeutet die Bildung von neuen neuronalen Zellen, in neuronalen Verbindungen und neuronalen Netzwerken. Das heißt, unser Gehirn kann sich regenerieren und das kann sogar leistungsstark und leistungsverbessernd sein. Allerdings brauchen wir dafür eben, wie gesagt, gewisse Nährstoffe und gewisse Stimulationen und einen steten Energiefluss für das Gehirn. Antioxidantien brauchen wir, damit die Entzündungen, die überall im Körper entstehen, je höher der Grad der Insulinresistenz ist, wieder gelöscht werden können oder gedämpft werden können. Denn auch Entzündungen im Gehirngewebe aufgrund von zu starken Blutzuckerschwankungen bilden dann Gehirnnebelgefühle aus. Ein weiterer Punkt ist, dass wenn das Gehirn auch zu wenig mit Sauerstoff versorgt wird, das kann dadurch geschehen, dass wenn man zum Beispiel in der Nacht schnarcht und nicht richtig Luft bekommt, zu oft aufwacht aufgrund von Schnarchen, weil einem die Luftzufuhr abgebrochen ist und dann der Adrenalinspiegel steigt und der Mensch erwacht, damit er wieder Luft holen kann. Das sind auch so Punkte, die dazu beitragen, dass über eine gewisse Zeit, das sind alles nicht so Dinge, die von heute auf morgen passieren, aber wenn man schon seit Jahren schnarcht und keinen gesunden Nachtschlaf mehr pflegen kann, dann darf man sich über Gehirnnebel nicht wundern, weil das Gehirn wird dauerhaft oder immer wieder unterversorgt mit Sauerstoff und auch der Stresspegel steigt, wenn man öfter als ein-, zweimal in der Nacht wach wird. Das ist dann jedes Mal ein Stress-Event und Stress reduziert der Körper, indem er Cortisol ins Blut entlässt, um die Stressauswirkungen wieder zu senken. Aber immer dann, wenn Cortisol ins Blut kommt, kommt auch wieder Insulin ins Blut und Zucker, weil dieses Stress-Event eben vermehrt Energie benötigt. Und das ist natürlich auch ein Selbstschutz vom Körper, wenn wir nachts aufwachen und vielleicht durch ein Unterzuckerungs-Event oder durch ein Unterzuckerungs- und Untersauerstoffversorgungs-Event Stress entwickeln, damit wir erwachen, damit wir Tiefluft holen und damit unser Blutzucker wieder steigt. Das ist also eine Sicherheitsmaßnahme des Körpers. Aber wenn uns das immer und immer und immer wieder passiert, Nacht für Nacht, dann ist das ein Alarmsignal, dass unser Gehirn halt einfach dauerhaft Schaden nehmen kann, aufgrund dessen, dass es a. den Zucker-Rollercoaster aushalten muss, b. die Stress-Events sich häufen und dadurch auch Cortisol, und c. dass es eben auch immer wieder zu Sauerstoff-Unterversorgung kommt. Und dann sollte man vielleicht auch einmal sein Blut untersuchen lassen und schauen, ob man überhaupt genügend Sauerstoffträger im Blut hat, dass das Blut sauerstoffreich genug ist, denn anämische Anzeichen sind dann auch nicht mehr so fern. Ein ganz weiterer und ganz trivialer und offensichtlicher Punkt für Gehirnnebel ist z.B., wenn man dehydriert, wenn man einfach nicht genug trinkt. Also es reicht eben auch nicht, einfach immer nur Wasser oder Tee zu trinken. Was wir brauchen, ist Wasser, Salz und Elektrolyte. Und was sind Elektrolyte? Elektrolyte sind, die verlinke ich mal hier unten noch, einen kleinen Affiliate-Link. Elektrolyte sind basische Salze. Das heißt, Kombinationen von Magnesium, Kalium, Natrium, die der Körper braucht, denn wir sind ja elektrische Wesen. Und damit unsere Zellen miteinander kommunizieren können oder auch unsere Nervenzellen besser miteinander kommunizieren können, brauchen wir Elektrolyte. Wenn also diese Kommunikation, diese Signalweiterleitung unterbrochen wird, das ist eben der Punkt 3, Okay, die Signalweiterleitungsunterbrechung kann das daran liegen, dass wir eventuell mit Wasser und Elektrolyten unterversorgt sind. Was ich noch erwähnen möchte, ist, wenn wir nämlich aufgrund verschiedener Stress-Events über den Tag und auch über die Nacht vielleicht, wenn wir also generell zu viele Stress-Events erfahren, dann baut das in den Blut, die Blutzufuhr in unseren Präfrontalkortex ab. Das Blut geht mehr in den Gehirnstamm, dort, wo unser Fight-or-Flight-System gesteuert wird und nicht in unseren Frontallappen, der zum Beispiel für Fokus, aber auch für Kreativität und für Bildung neuer Ideen und auch für Engagement und für Motivation verantwortlich ist, dass das bildet sich alles hier vorne in unserem Präfrontalkortex. Und wenn wir aber immer wieder viele Stress-Events erleben, dann wird dieser ganz wichtige Gehirnteil, der uns eigentlich wirklich auch zu Menschen macht, der unsere menschlichen Qualitäten hervorhebt, der wird mangelversorgt mit Blut. Dann gelangt das Blut einfach nur noch in unser Stammhirn, das dafür verantwortlich ist, dass wir entweder kämpfen, uns verteidigen oder wegrennen. Das ist dann diese reduzierte Form, die dann auch dafür sorgen kann, dass wir mit der Zeit Gehirnnebel entwickeln, also Gehirn-Brain-Fog sozusagen. Wenn wir diesen Stress ausgesetzt sind, dann wird uns das oftmals gar nicht bewusst. Wenn wir über Jahre in einem niedrig schwingenden Dauerstress-Zustand leben, das fühlen wir eigentlich immer erst dann, wenn wir uns Zeit in die Ruhe nehmen wollen und dann einfach nicht zur Ruhe kommen können. Wenn wir hippeln und zappeln, wenn unsere Gedanken sich überschlagen, wenn wir deprimiert oder knurrig, schlecht gelaunt werden, wenn sich Langeweile einschleicht. Und dann haben wir schon so ein bisschen das Gefühl, dass wir halt tatsächlich einfach dauerhaft zu hoch drehen. Und dann ist wirklich ein wichtiges Zeichen, einmal umzudenken und vielleicht doch einen Schritt zurückzutreten, Gewahrsein zu üben und vielleicht auch die Kunst der Meditation zu erlernen. Was aber auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn man merkt, man hat zu viel Stress, dann sollte man, auch wenn man dazu vielleicht keine Lust hat, regelmäßig an die frische Luft gehen, sich Erden mit der Natur verbinden, sich mit den Geräuschen der Natur auseinander, mit den Düften auseinandersetzen und einfach die Natur auf sich wirken lassen. Die Natur hat eine wahnsinnig heilsame Wirkung, eine erdende, wunderbare, heilsame Wirkung auf unser Nervensystem. Und dann kann es sich auch langsam wieder beruhigen. Und wenn man das dann zu einer regelmäßigen Routine wachsen lässt, dann kann sich auch vieles, was den Gehirnnebel betrifft, verbessern. Wenn ich jetzt also hier noch einmal zusammenfassen darf, geht es darum, bestimmte Dinge in den Alltag zu integrieren, die uns dabei helfen, Gehirnnebel zu verhindern oder Gehirnnebel abzubauen. Zuallererst würde ich darauf schauen, dass ich eine Ernährung pflege, die den Blutzucker stabilisiert. Wir sollten auch darauf achten, den Hauptfokus auf reale, einfache Lebensmittel zu setzen und nicht zu viel verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen. Am besten ist es, wir werfen den Zucker komplett aus der Ernährung raus. Und wir müssen darauf achten, dass wir immer ausreichend hydriert sind. Macht einen Bluttest, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt zu wenig Sauerstoff und könnt nicht tief genug atmen. Schaut, ob ihr irgendwie zu wenig Sauerstoffträger im Blut habt, zu wenig Sauerstoff. Und raucht nicht. Das Rauchen, das verstärkt diese Symptome noch, weil wir dann Kohlenmonoxid einatmen, statt Sauerstoff. Passt auch auf, auf eure Schlafroutine. Versucht, euren Schlaf zu optimieren. Ich habe dazu auch einige Videos bei mir in meinem Kanal. Könnt ihr finden, wie man das anstellt, den Schlaf zu optimieren. Lernt die Methode des Meditierens. Ich habe noch einen zweiten Kanal eröffnet, bei dem werde ich mehrere Meditationsvideos aufspielen, die euch helfen können, die Meditation nach Dr. Joe Dispenza zu erlernen. Das heißt, Herz-Hirn-Kohärenz herzustellen. Und in dem Namen steht schon geschrieben, dass dies eine sehr heilsame Art und Weise ist für unser Gehirn, ebenso wie für unser Herz. Lasst euch inspirieren. Schafft euch immer wieder einmal neue Erfahrungen. Denn neue Erfahrungen lassen neue neuronale Netzwerke wachsen. Und versucht auch, euch so zu ernähren, dass ihr, falls ihr einen sensiblen Darm habt oder sogar unter Ligigat leidet, dass ihr das in den Griff bekommt. Da gibt es auch verschiedene Methoden und auch verschiedene YouTube-Kanäle, die euch da ganz sicher weiterhelfen. Mit dem Ligigat oder auch mit dem Ligibrain. Dazu werde ich auch selber noch mal ein Video machen. Denn das Ligigat und das Ligibrain, die hängen sehr, sehr eng beieinander und miteinander zusammen. Vermeidet Allergene. Wenn ihr merkt, ihr habt Allergien, dann versucht mit der Reduktionsdiät, diesen Allergien beizukommen. Lasst sie nicht einfach so durch euren Alltag fließen und versucht das nicht zu ignorieren. Das sind wichtige Dinge, weil Allergien ja immer wieder Entzündungen im Körper fördern. Sorgt immer für eine gute Verdauung. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und was ich auch noch empfehlen möchte, ist, wenn möglich, haltet euch nicht den ganzen Tag immer direkt an eurem Mobilfon auf. Oder wenn, dann schaltet zumindest ab hin und wieder mal den Empfang aus. Oder es gibt ja auch so Shield-Taschen, die dann den Empfang einfach oder die Ausstrahlung der elektromagnetischen Frequenzen einfach mal stoppen. Ich selbst habe mir auch so aus diesem Shield-Stoff eine Tasche genäht. Und das verwende ich dann, weil ich habe nachts natürlich doch mein Telefon im Schlafzimmer, weil ich vor dem Einschlafen immer noch vom Telefon her meine Meditation höre. Aber ich habe die ganzen anderen Sachen ausgeschalten, also Bluetooth ausgeschalten und auch WLAN ausgeschalten. Und bei mir steckt das Telefon, während es läuft, in dieser Tasche und kann somit keine EMFs ausstrahlen. Was ich auch zum Schluss noch empfehlen möchte, legt oder beschäftigt euch mit einer Low-Carb- oder ketogenen Ernährung. Dazu gibt es ab nächstes Jahr bei mir eine neue Form, sich zu integrieren, also mit dabei zu sein, die gesunde Form der ketogenen Ernährung zu erlernen. Denn ich werde mein erfolgreichstes und wirklich großartiges Spitzenprogramm Stoffwechsel glücklich in eine Membership umwandeln. Und wenn dich das interessiert, da vielleicht dann dabei zu sein beim Launch nächsten Jahres, dann komm auf mein Newsletter. Hier ist die Adresse und trage dich dort ein und dann wirst du mit den Neuigkeiten und wann es startet und mit dem Launch wirst du dann informiert. Und mein allerletzter Tipp ist, schau dazu, dass es dir gut geht, dass du soziale Kontakte pflegst, dass du jeden Tag ein paar Minuten tief in dein Herz atmest und versuchst, eine Herz-Hirn-Kohärenz herzustellen. Auch zu Herz-Hirn-Kohärenz habe ich hier auf meinem Kanal schon einige Videos gemacht, warum das so enorm wichtig ist und warum ich das auch immer wieder betone. Und dann freue ich mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Macht's gut. Macht's gut. Auch nicht. Gut.